Die Top 5 Küchenaufbewahrungsbehälter Ich bin sehr zufrieden mit dem Amazon Basics 6-teiligen Vorratsbehälter-Set. Die Behälter sind sehr robust und halten Lebensmittel frisch. Das Set ist auch für den Einsatz in der Mikrowelle und Spülmaschine geeignet, was es sehr praktisch macht. Die Größen sind auch perfekt für meine Bedürfnisse, von kleinen Snacks bis hin zu größeren Lebensmitteln. Ich schätze auch das klare Design der Behälter, das es einfach macht, den Inhalt zu sehen. Insgesamt empfehle ich dieses Set jedem, der eine Möglichkeit sucht, Lebensmittel aufzubewahren und zu organisieren. Ich benutze seit einiger Zeit das GOMEIER Vorratsdosen 16 Set und bin sehr zufrieden damit. Die Luftdichtigkeit der Vorratsbehälter ist großartig und hält meine Lebensmittel frisch und knusprig. Ich benutze sie für Mehl, Müsli und Kaffeebohnen und sie passen perfekt in meine Küche. Die unterschiedlichen Größen der Vorratsdosen sind sehr praktisch und erlauben eine gute Organisation. Das Material ist sehr robust und die Deckel schließen wirklich gut. Ich kann das GOMEIER Vorratsdosen Set nur empfehlen und freue mich über eine organisierte Küche. Ich bin sehr zufrieden mit dem Vivares Vorratsdosen Set. Die Dosen sind alle luftdicht verschließbar und BPA-frei, was mir bei der Aufbewahrung von Lebensmitteln sehr wichtig ist. Das Set enthält 12 Dosen in verschiedenen Größen, perfekt für Müsli, Mehl und Zucker. Die Aufbewahrungsboxen sind auch sehr praktisch und nehmen nicht viel Platz in meiner Küche ein. Die Qualität ist hervorragend und das Preis-Leistungs-Verhältnis ist unschlagbar. Ich würde das Set auf jeden Fall weiterempfehlen. Ich liebe meine neuen Amazon Basics Glasbehälter für Lebensmittel. Das 20-teilige Set kommt mit 10 verschiedenen Größen von Behältern und passenden Deckeln, was es einfach macht, Lebensmittel gut zu organisieren und aufzubewahren. Der BPA-freie Glasbehälter ist eine perfekte Alternative zu Plastik und sieht auch noch wunderschön aus. Ich habe festgestellt, dass diese Behälter luftdicht, langlebig und leicht zu reinigen sind. Ich kann dieses Produkt allen empfehlen, die eine langlebige und effektive Lösung für die Aufbewahrung von Lebensmitteln suchen. Ich habe das 12er Set Polegas Vorratsdosen aus Glas mit Deckel gekauft und bin sehr zufrieden damit. Die quadratischen Glasbehälter sind luftdicht und spülmaschinenfest. Sie sind perfekt für die Aufbewahrung von Kaffee, Tee und Gewürzen. Ich benutze sie auch gerne, um kleine Snacks und Süßigkeiten aufzubewahren. Die Gläser sind sehr stabil und sehen in meiner Küche einfach klasse aus. Die verschiedenen Größen sind sehr praktisch und ich kann sie einfach im Schrank stapeln. Ich würde das Set auf jeden Fall weiterempfehlen. Denken Sie daran, dass es weitere Informationen und Produktlinks in der Videobeschreibung gibt. Wir sehen uns im nächsten Video.